Und hallo zurück zum Let's Play NHL 12. Endlich ist es wieder soweit. Es ist heiß draußen, schwüle Temperaturen, doch wir werden uns natürlich aufs Eis wagen und direkt anfangen mit einem weiteren Vorsaisonspiel. Dieses Mal gegen die National Predators. Und ohne Umschweife fangen wir direkt an. Wir sind wieder in der ersten Angriffsreihe, was wieder sehr erfreulich ist. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass sich das über die Saison hinweg hält. Ich denke mal, dass wir schon runtergestuft werden, wenn die Saison wirklich einfach mal die Werte, die wir haben, nicht ganz zu den anderen Spielern passen. Obwohl hier die Statistiken stimmen. Dagegen kann man nichts sagen. So, hier sehen wir uns nochmal in der Schönen Chicago. Und wir fangen gleich ohne Umschweife an. Das drücken wir schnell weg, damit es keine Gegnerprobleme gibt, denn ich habe echte Musiken eingebaut. Die echten Musiken der Eimer-Tormusiken der Mannschaften. Na, ich komme nicht vorbei. Und dann kommt es auch schon die erste Strafe für National, weil der Torwart, der Goli, hier sieht man es, aus seiner eigenen Zone hier den Puck gehalten hat. Das ist in der NHL nicht erlaubt. Sieht es in der DEL oder in anderen Ligen, KHL, sieht es anders aus. Aber in der NHL ist das nicht gerne gesehen. So, simulieren wir gleich bis zum nächsten Shift. In der Hoffnung, dass wir den Tor schießen. Nein, aber es sind da auch noch eineinhalb Minuten geliefert. Als die 300 direkt schießen müssen, Schuss kommt leider zu spät. Mittlerweile, ich weiß ja nicht, ob ich es in den alten Parts erwähnt habe, ich glaube nicht mittlerweile ist dann auch die Saison gelaufen. Wie zu erwarten war, haben es LA Kings geschafft, den Sani Cup zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zu holen. Wobei sie es fast hergegeben hätten, nachdem New Jersey dann so Gas gegeben hat. Aber da war schon zu spät. So, Schüsse auf den... Da war was. Ich habe eine Herausforderung, die ich währenddessen machen muss, habe ich unten gesehen. Uh, sehr gewagt. Na, das war ja super. Und jetzt in einem Monat gibt es auch das erste Fasserspiel des ERC München. Mit neuen Sponsoren, neuen Trikot. Und ich bin mir gespannt, wenn ich meine Dauerkarte bekomme. See you, Lee. Nei, ich habe mir dieses Jahr eine Dauerkarte für den ERC bestellt. So. Das versuchen wir mal anzugreifen, aber irgendwie... Ein gutes Urzahlspiel haben wir da nicht. Ich soll auch gleich wechseln, aber das mache ich jetzt eher nach dem Angriff. Jetzt fahre ich schon zum Wechseln. So, das war jetzt kein guter, gutes Schiff, den ich hatte. Wir müssen schon beim Powerplay an ihrem Verteil vorbeikriegen. Okay, das muss ich schaffen. Teamplay ist noch bei F, bei schlechtesten Note. Und wir sind für wieder in Überzahl. So ein Spiel hat man schon mal in... In der zweiten Liga, ich weiß gar nicht. Da fällt gerade der Name nämlich ein. CHL oder sowas. Oh, ich habe den Schach verloren. Und da haben wir ja fast aus jedem Penalty ein Tor gemacht. Aber irgendwie gerade geht es nicht. Ich wollte gerade schießen, doch dann wurde ich leider mehr weggeschoben. Hätte ich vielleicht hergehen müssen. Jetzt rein in die Mitte. Na, die Schüsse wollen nicht rein gehen. Der Goalie von Nashville, der hält sein Tor sauber. Ist wieder... Oh, sehr riskant. Also wirklich überzeugendes Überzahlspiel bieten wir hier nicht. Ah, das ist nicht vorbei. Fahre ich zum Wechsel raus. Und schon mit diesem Angriff noch an, doch leider, äh... Ja, wieder geklärt. Ja, irgendwie, äh... Es will nicht so ganz. So, jetzt, wir haben schon acht Schüsse, wer das in der Spiel noch nicht einen Schuss hat. Aber das bringt nichts, wenn man kein Tore schießt. Wir spielen daheim. Nicht viel Cargo Stadium. Ui, das war knapp. Wäre der erste Schuss. Aber nicht aufs Tor. Zu direkt auf den Tor. Äh, geschossen. Jetzt gucken wir mal über hinten. Versuchen wir mal über hinten rum. Kommt auch an. Ziemliche Ideenlosigkeit vorne. Ist auch noch ein sehr schlechter, sehr, sehr schlechter, ähm, Pass von mir. So ein bisschen ideenlos sind wir vorne. Habe ich noch bekommen. Und fast verloren. Oh, das ist ja gerade gar kein gutes Spiel. Naja, das Wechselfahren. Mache ich lieber hier den Raum dicht. Sonst sind wir hinten einer weniger, jetzt beim Angriff. Ich werde auch ziemlich häufig jetzt ausgewechselt. Das war in der anderen Spiel auch nicht so. Ja, wirklich zufrieden ist es nicht. Aber kein positives Feedback. Das ist ja nur negativ, dass ich auf die Puckverlust achten sollte. Ja, gerade die Fehlpässe sind gerade ein bisschen zu. Ja. 18 Minuten im ersten Drittel. Und. Ah, das war. Oh, oh, oh. Das war knapp. Der war fast drin gewesen. Also das war Latte. Oh, Mist. Und da soll ich auch jetzt... Also. Oh, das ist gerade gar nicht gut. So qualifiziere ich mich nicht für die nächsten Spiele oder überhaupt für die Saison dann. Jetzt war es zwei Minuten draußen. Und den Puck unnötig rausgeschossen. Zum Glück ist der noch nur die blaue Linie. Das heißt, es gibt keine zwei Minuten für Zeitverzögerung. Äh, der Spielverzögerung. Und da bin ich auch schon wieder draußen. Muss ich mal kurz meinen Fernseher leiser machen. So. Ja, also wollen wir bis zur nächsten Einwechslung. 11 zu 3 Schüsse aufs Tor. Jetzt im Angriff. Also in der ersten Drittel fehlt uns irgendwie die Ideenlosigkeit. Jetzt muss ich mich mehr konzentrieren, als ich gedacht habe, nachdem das letzte Spiel doch so unglaublich gut lief. Ach, Mist. Wurde er abgeblockt. Ne, so nachdem das letzte Spiel so gut lief und so hoch ausging, habe ich jetzt gerade ein bisschen. Nein, das ist doch noch viel Zeit, aber das erste Drittel, da wird kleckern, wenn man sich nicht mit Ruhm. Und zwar nicht im Ansatz. Ziemlich Ideenlos vorne. Ach, verdammt, der Schuss war... Der Schuss kam gut... Oh, der hat der eigene Abwehrspieler dann eine Tor umgeschmissen. Aber was ich sagen wollte, hier... Ähm... Der Schuss kam gut an, doch der wurde abgefälscht vom Abwehrspieler. Und da bin ich auch schon wieder draußen. Ich habe da wirklich eins auf A, so habe ich jetzt gar nicht gesehen, was es war. Hm. Wo ist der Puck da? Ich muss eigentlich vor, eigentlich muss ich da vorne blocken, nicht da hinten. Ich bin ja kein Abwehrspieler. Und jetzt Turnover. Schnell zum Konter, aber es geht zu langsam. Vier Spieler von der Schüttel da, also... Machen wir jetzt zu langsam beim Konter. Das Dump landet zum Glück bei uns. So, jetzt... Jetzt muss es auch mal schnell gehen. Geht weiter. Ach, er konnte die Sache nicht annehmen. Mann, 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 Mann. Mir wurde in den Comments geraten, ein bisschen mehr meine Checks zu Ende zu fahren. Und ich merke es gerade selber, es stimmt. Äh... Ich fahre meine Checks gar nicht wirklich zu Ende. Das sollte ich mir machen. Das würde auch vielleicht ein paar Konterszenen oder... Ja, irgendwelche Konterszenen, sag ich jetzt mal, verhindern. Das war schon mal, wir haben Position auf A, aber der Rest ist eher negativ. Das wäre jetzt auch im ersten Drittel gewesen sein, ja. Überzahl für Nashville. Ja, das war jetzt nicht so gut hier. Pass wegen blockierten Position spielen, ist gut, aber Pop-Verluste und, ähm... Ja, Kopf hoch, lass mich einschüchtern. Das ist, kann ich jetzt als negativ Aspekt nicht einordnen, aber nun gut, es ist zwei negative Aspekte da. Die müssen raus. Hier sehen wir auch, ein Asheville hat acht von zehn Bullies bisher gewonnen. Ich darf auch nicht starten. Die erste Reihe startet nicht. Das ist auch kein gutes Zeichen. Oh, das ist lange. Ich spiele fünf Minuten jetzt im zweiten Drittel. Wenn ich jetzt schneller bin, ne, war ich nicht. Chaos. Schlechter Pass. Jetzt ist da keiner, der mir hilft vorne. Allein kann ich auch nicht alles schaffen. Das gibt's nicht. Also es geht gerade echt nach vorne hin nix. Ich will sogar fast davon ausgehen, aber das war ganz schlecht. Jetzt wollte ich den Check zu Ende fahren und vielleicht so schlecht. Ui. Jetzt wurde ich nach außen gedrängt. Schieß immer nach hinten. Ja, jetzt. Und es waren wir. Ne. Jetzt dachte ich, wir hatten echt endlich das erste Tor. High Stick. Ich hab ihn noch ins Gesicht bekommen, den Puck. Ah. Der Stock. Es kann sein, dass der Stock über... Der Stock darf nicht über die... Über die Latte vom Tor gehen. Weil er erzählt das Tor nicht. Konnte ich jetzt überhaupt nicht erkennen. Ergibt das Tor nicht. Das... Das will ich jetzt... Das will ich jetzt nachprüfen. Entschuldigt mich, wenn ich jetzt mal in den Optionsmenü gehe. Ich will jetzt wissen, ob das wirklich über die Latte war. Wenn. Ja. Ladezeit bei den Wiederholungen ist irgendwie sehr hoch. So, jetzt. Wollen wir mal das Ganze mal anschauen. Bisschen mal hier reinzoomen. Hier ist immer die Latte. Ja, doch. Die Entscheidung ist leider richtig. Mein Stock war über der Latte. Ich hab ein blaues Auge. Auch nicht schlecht. Hab ich noch gar nicht erkannt, dass wir das Spiel in blaue Augen gekommen. Obwohl, einer hat draufgekriegt. Ne, aber die Entscheidung ist leider richtig vom Schiedsrichter. Ärgerlich. Das wäre jetzt vielleicht der Befreiungsschlag gewesen. Aber... Kann man nichts machen. Ne, es ist jetzt die Wertung durch das... Fast-Tor, sag ich jetzt mal, ganz schön gestiegen. Und da steht es 1 zu 0. Sehr gut. Jetzt ziehen wir auf... ...ne Überzahlzahl guten. Ungewöhnlich, dass mal unsere Reihe nicht mit dem Tor beteiligt ist. Aber er wundert mich nicht, so wie die erste Reihe hier was spielt. Mit Pässen wir jetzt zu lange gewartet. Okay, passt lieber zurück. Jetzt... Ich glaube, ich fordere auch ziemlich schlechte Pässe an. Jetzt fährt er noch ganz nach hinten. Langsam vor, haben wir hier kein Abseits wirken. Oh, das war sehr schön. Das war richtig schön, wenn ihr es gesehen habt. Der hat den Puck so... ...so liegen lassen. Und der andere hat ihn dann direkt mitgenommen. Das war eine sehr schöne Aktion. Schau mal an, Meyers. Schau mal an. Es ist eine sehr schöne Aktion. Ein wirkliches, wirklich gutes Tor.